Episode 186. Wann ist ein hybrides Training hybrid? Mehr dazu nach dem Intro. Sandra Marain, dein Lerncoach für Future E-Learning. Und ich freue mich, dass ich in deinem Ohr sein darf. Los geht's! Ich habe es mal wieder getan. Und wenn du diesem Podcast und mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich so ein Weiterbildungs-Junkie bin und mich auch selber als ein solcher bezeichne. Ja, ich habe mal wieder eine Weiterbildung gebucht. Und zwar hat MindSystems, die liebe Iris, zusammen mit ihrem Kollegen Matthias eine Ausbildung angeboten zum hybriden Trainer, zur hybriden Trainerin. Und da mich das Thema einfach anspricht und ich auch weiß oder anders ausgedrückt fest davon überzeugt bin, dass hybride Trainings kommen werden und begleiten werden, auch dauerhaft, nicht nur jetzt, habe ich halt entschlossen, okay, ich mache diese Ausbildung. Denn mich interessiert auch, was Kollegen und Kolleginnen erleben, die auch in der Ausbildung sitzen. Und mich interessiert nochmal halt, wie kann ich das Ganze technisch aufziehen, um dann auch nochmal gezielter, und was muss ich beachten? Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja nicht nur wichtig, was brauche ich für technisches Equipment, sondern was muss ich auch beachten? Und dann hat sich mir am Mittwoch eine Frage gestellt. Und die hast du ja schon vorneweg gehört, nämlich wann ist Hybrid, Hybrid? Sprich, wann ist ein hybrides Training auch wirklich Hybrid? Und in welchem Setting? Und da werde ich gleich ein paar Beispiele bringen und würde gerne mit dir darüber diskutieren. Bevor ich das jetzt aber mache, möchte ich ein ganz großes Danke ausdrücken. Und zwar danke, dass du meinen Podcast hörst. Ich weiß nicht, ob das jetzt die 186. Episode für dich ist, also ob du 186 Podcast-Episoden schon gehört hast, oder ob das vielleicht die erste Podcast-Episode ist, die du von mir hörst, oder vielleicht die fünfte Podcast-Episode von mir hörst. Aber wenn du mir vielleicht schon etwas länger folgst auf irgendeinen der Social-Media-Kanäle, dann wirst du mitgekriegt haben, dass ich mich mit Technik, Methodik und Didaktik auskenne. Und da wir jetzt so kurz vor Weihnachten stehen, möchte ich dir gerne etwas schenken. Ich fände es total schön, wenn du mir eine E-Mail, eine Nachricht auf irgendeinem Social-Media-Kanal schreibst. Und da findest du mich, wie gesagt, auf Instagram, du findest mich auf LinkedIn, du findest mich auf Facebook. Wenn du mir einfach eine Nachricht schreibst mit dem Wunsch, zum Beispiel, dass ich ein bestimmtes Tool für dich vorstelle hier im Podcast, oder dass ich vielleicht meinen Senf dazu gebe, wie man das methodisch umsetzen könnte, oder auch didaktisch umsetzen könnte, wie du das für dich hinkriegst. Dann das Ganze auch nochmal, vielleicht hast du irgendeine Herausforderung und sagst, Mensch, wie würdest du das denn lösen, Mareike? Darauf könnte ich auch nochmal für dich eingehen, also immer mit der technisch-methodischen-didaktischen Brille. Und das ist so mein Angebot an dich. Ich würde deine Weihnachtsfrau spielen und dir diesen Wunsch erfüllen. Wenn du magst, kann ich dich auch namentlich erwähnen. Wenn du sagst, will ich nicht, ich möchte anonym bleiben, ist das auch kein Problem. Aber mich würde halt einfach interessieren, welche Herausforderung möchtest du von mir hier auch im Podcast mal besprochen haben? Und das kann auch was sein, wo du vielleicht sagst, nee, das ist viel zu banal, das traue ich mich gar nicht, Mareike, zu fragen. Das kann eine Frage zu Zoom sein, zu irgendeinem anderen Tool. Ich fände es schön, wenn du dich trauen würdest und ich dir dann als Weihnachtsfrau diesen Wunsch vor Weihnachten auch noch erfüllen darf. Und das, worüber ich jetzt hier spreche, dieses Wann ist Hybrid Hybrid, diese Frage hat mich seit Mittwoch treibt die mich einfach um. Denn wir haben unterschiedliche Settings besprochen und für mich war das nämlich an einer Stelle nicht wirklich klar, dass das Hybrid sein soll. Aber da komme ich jetzt gleich zu. Ich fange mal mit dem ersten Setting an. Also, stell dir vor, du bist Trainer, Trainerin und bist bei deinem Auftraggeber vor Ort in Präsenz. Ein paar deiner Teilnehmenden sind auch in Präsenz. Ein anderer Teil der Teilnehmenden ist online zugeschaltet. Meine Frage jetzt an dich, ist das ein hybrides Setting? Wahrscheinlich denkst du jetzt, na klar, das ist auf jeden Fall ein hybrides Setting. Ein Teil ist vor Ort, ein Teil ist online zugeschaltet. Ich bin vor Ort, ist auf jeden Fall Hybrid. Da würde ich dir zustimmen. Der nächste Fall ist, du bist online zugeschaltet. Ein Teil deiner Teilnehmenden ist auch online zugeschaltet. Und ein anderer Teil ist bei deinem Auftraggeber vor Ort entweder, nee, das machen wir noch nicht, nicht entweder, sondern die sitzen in einem Konferenzraum. Also ein Teil von den Teilnehmenden sitzt in einem Konferenzraum. Du bist online zugeschaltet und ein anderer Teil ist auch online zugeschaltet. Wie sieht es hier aus? Ist es für dich hier auch ein hybrides Setting? Wahrscheinlich wirst du wieder sagen, na klar, was soll das denn sonst sein? Du bist online zugeschaltet, ein Teil ist online zugeschaltet, der Rest ist in Präsenz. Natürlich, das ist Hybrid. Okay, dann sind wir beide einer Meinung. Der nächste Fall ist, du bist in Präsenz bei deinem Auftraggeber. Deine Teilnehmenden sind online zugeschaltet. Allerdings wären sie auch alle in Präsenz, denn sie sind auch im Unternehmen, sie sind nur im Unternehmen verstreut und jeder sitzt in seinem eigenen Büro. Also, du kannst dir das so vorstellen, du bist in einem Konferenzraum und hältst dann das Training und die anderen sind auch in Präsenz, aber nicht bei dir direkt im Konferenzraum, sondern jeder bei sich im Büro und dann halt online zugeschaltet. Wie sieht es da aus? Da finde ich, fängt es schon an, so ein bisschen kniffliger zu werden, weil prinzipiell könntet ihr euch hier euch alle wieder in der Pause auf dem Flur begegnen oder auf dem Weg zur Toilette, könntet ihr euch begegnen. Das ist für mich auch noch ein hybrides Setting. Ob das sinnvoll ist, lassen wir mal dahingestellt, aber es wäre ein hybrides Setting. Jetzt kommt das nächste Setting. Du bist online zugeschaltet. Deine Teilnehmenden sind alle beim Auftraggeber, aber ein Teil sitzt in einem Konferenzraum und der Rest ist zugeschaltet aus Büro oder Homeoffice. Also online da zugeschaltet. Und du bist auch online zugeschaltet. Wie sieht es da aus? Vielleicht denkst du jetzt wieder, hey, das ist doch ganz klar, es ist auch ein hybrides Setting. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Alles gut und schön. Kein Thema ist Hybrid. Stimme ich dir auch noch zu? Ist auch nicht ganz so knifflig, finde ich, im Kopf wie das erste Setting, wie das Setting davor, nicht das erste Setting. Aber jetzt kommen wir mal zu einem anderen, weswegen ich auch diese Frage aufgeworfen habe. Du bist in Präsenz bei deinem Auftraggeber. Deine Teilnehmenden sind auch alle in Präsenz. Ihr sitzt alle in einem riesen Konferenzraum. Allerdings hat jeder Teilnehmende sein Rechner vor sich stehen, ein Headset auf und ist mit dir online verbunden. Ist das für dich ein hybrides Setting? Und genau hier an dieser Stelle habe ich nämlich für mich entschieden gehabt, das mag ein hybrides Setting sein, aber ich persönlich finde diese Art von Setting nicht angenehm. Ich weiß, dass es diese Settings gibt und ich habe auch mit meiner Kollegin darüber diskutiert und ich habe auch mit dem Matthias darüber diskutiert und für mich, ja, es mag ein hybrides Setting sein, aber es ist nicht mein Setting. Ich persönlich fände es ziemlich strange, selbst wenn ich eine Technikschulung geben würde und ich würde vor den Teilnehmenden sitzen und ich sehe die Teilnehmenden alle direkt vor mir. Und jeder hat so einen Rechner vor der Nase, Kopfhörer auf, am besten noch so einen Mickey Maus Kopfhörer und könnte mit mir persönlich sprechen, weil ich ja im Raum stehe, aber spricht über den Rechner mit mir. Das fände ich jetzt persönlich ziemlich strange, also das ist nicht mein Setting und dann kam für mich wirklich so die Frage auf und die habe ich dann an dem Abend auch aufgeworfen, wann ist ein hybrides Setting eigentlich wirklich hybrid? Und du siehst es schon an den Beispielen, die ich jetzt, die ich hier gegeben habe und es wird mit Sicherheit noch viel mehr Settings geben. Und vielleicht hast du auch ganz andere Erfahrungen gemacht, dann kannst du mir die auch gerne mal mitteilen, weil das interessiert mich wirklich brennend. Was gibt es alles, was unter einem hybriden Setting läuft und welche Erfahrung hast du da gemacht? Sagst du, das war total toll, also ein Teil der Teilnehmenden war vor Ort, ein Teil der Teilnehmenden war online zugeschaltet, war super, hat super gut funktioniert. Oder du warst online zugeschaltet und die Teilnehmenden waren vor Ort, aber hast du schon mal so ein Setting erlebt, dass du vor deinen Teilnehmenden stehst und die alle vor einem Rechner sitzen? Also ich weiß, dass es das in Fernost ganz oft gibt und in Amerika, gerade so bei Software-Schulungen. Ob das jetzt in der Covid-Pandemie noch so ist, das weiß ich nicht. Aber die Frage ist halt auch wirklich, was ist der Lerneffekt dahinter? Und es ist nicht so, als wenn ich es nicht verstehen würde. Also ich verstehe das schon, weil du bist abgeschirmt, du wirst nicht von rechts und links gestört und kannst dich komplett darauf konzentrieren, auf dein Lernen und dein Vorankommen. Für mich stehen aber so Sachen wie Austausch, gegenseitiges Miteinander, Wertschätzung stehen als Werte bei mir sehr hoch. Und die könnte ich in diesem Setting nicht wirklich befriedigen. Ich weiß es nicht, vielleicht siehst du das auch komplett anders, aber das sind so Werte, die für mich sehr wichtig sind. Und dann fände ich das in so einem Setting sehr schwierig darüber zu bringen, geschweige denn von Interaktion. Wenn jeder da vor seinem eigenen Rechner herumwuselt, jetzt kannst du natürlich auch sagen, ja Mareike, aber es gibt mit Sicherheit auch hybride Settings. Da ist es so, da sind die Online-Teilnehmer online zugeschaltet und jeder Teilnehmer sitzt auch wieder vor einem Rechner. Da ist dann auch die Frage, wie sinnvoll ist das? Was ist das Lernumfeld und was ist das Lernziel dieses Trainings dann? Was steht im Fokus und was möchte der Auftraggeber haben? Und deswegen interessiert mich das und deswegen möchte ich genau diese Frage hier so aufwerfen, denn das hat mich schon ziemlich bewegt. Weil für mich wäre das nicht deutlich ein hybrides Setting gewesen und der Matthias hat mir das dann auch erklärt und hat dann auch seinen Standpunkt klargemacht, warum das für ihn ein hybrides Setting ist. Ich hätte das nicht unter hybrides Setting verpackt. Ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, wie ich das verpackt hätte. Es ist für mich auch kein Blended Learning. Aus meiner Sicht, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ist es ein verblendetes Lernen, denn jeder sitzt vor seinem Rechner und wuselt da so vor sich hin. Aber gut, wie gesagt, mich interessiert deine Meinung. Ich habe jetzt hier meine Meinung kundgetan. Lass es mich gerne wissen und wenn du einen Wunsch hast, den ich dir noch vor Weihnachten erfüllen kann, dann lass auch mich dieses gerne wissen. Also wenn du rund um Technik, Methodik, Didaktik etwas auf dem Herzen hast, wo du sagst, Mareike, genau da ist es gerade, wo ich sage, ich brauche euch nochmal einen Tipp von dir oder hast du vielleicht eine Lösung parat, egal ob es technische Art oder methodische Art oder didaktische Art ist, dann lass es mich sehr gerne wissen und ich freue mich dann einfach darüber, deine Weihnachtsfrau spielen zu dürfen. Und ich lasse dich einfach mal mit dieser Fragestellung, die ich nicht nur mit deinem Weihnachtswunsch, den ich dir vielleicht dann erfüllen darf, erfüllen kann und gerne erfüllen möchte, sondern ich lasse dich auch mal, wann ist Hybrid, Hybrid, mal so ein bisschen alleine und vielleicht kaufst auch du mal drauf rum und ich kau da auch noch drauf rum. Mein Post findest du ja, wie gesagt, auf Instagram, wahrscheinlich demnächst auch auf LinkedIn. Und ja, dann freue ich mich von dir zu hören und wünsche dir einen wunderschönen zweiten Advent. Bleib bitte gesund und bis demnächst in deinem Ohr, deine Mareike. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.